Wir hatten in den letzten Jahren ausreichend Gelegenheit zu beweisen, wie gut wir auf Veränderungen reagieren können. In den 70ern zum Beispiel, als sich durch den Zusammenbruch der Kohle- und Stahlindustrie der Wirtschaftsraum im Ruhrgebiet komplett wandelte. Das funktioniert nur, weil wir schon früh einen Weg gefunden haben, mit Veränderungen klarzukommen. So wurden wir eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands und können uns heute mehr denn je um die Aufgaben der Zukunft kümmern. Wir verbinden das Beste aus den einzelnen Welten. Die Nähe des Beraters, der seine Kunden und Unternehmen kennt sowie Verantwortung übernimmt, der selbst Entscheidungen treffen kann, kombiniert mit der Schnelligkeit, Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit einer Online-Bank. Zur genossenschaftlichen Interpretation des Bankgeschäfts gehört, nie in blinden Aktionismus zu verfallen. Deshalb orientieren wir uns auch bei Veränderungsprozessen an unseren genossenschaftlichen Werten. In Deutschland hat sich die Zahl der Bankfilialen in den letzten Jahren halbiert. Auch wir können nicht das gesamte Filialnetz aufrechterhalten. Aber wir werden die Nähe zu unseren Kunden erhalten und schaffen die modernsten und kundenfreundlichsten Bankfilialen aller Zeiten. Heute sind wir gemeinsam die größte Volksbank Nordrhein-Westfalen und die viertgrößte Deutschlands. Wir sind Onlinebank, Filialbank und eine moderne Mittelstandsbank mit mehr als 150.000 Mitgliedern. So können wir den nächsten großen Veränderungsprozess in Angriff nehmen. Seht ihr? Manchmal braucht man eben doch noch echtes Geld. Aber auch die Digitalisierung des Bankgeschäfts werden wir auf die genossenschaftliche Art und Weise erledigen. Was das genau bedeutet, erfahren Sie am besten in einem persönlichen Gespräch mit uns. In der nächsten Jahr. In der nächsten Jahr. In der nächsten Jahr. Vielen Dank.